hey du schön dass du da bist mein name ist chris wir spielen hoheisen und noch mal ein bisschen weiter hier verbrauchen wir was keine ahnung wo der auf den tierchen sich befindet wir damit wir es mal entdeckt haben gehen wir mal da lang um das aufzudecken eigentlich hatte ich geplant die mission zu machen jetzt war ja unsere widersache da drüben glaube ich brauchen wir holz wir finden es raus so nach und nach auch sammeln wobei wir noch einiges in unserem lager wir waren schon mal oben aber jetzt gerade funktioniert das gar nicht haben wir das jetzt hier ja das läuft können wir reichen hier in die richtung nebenbei diese einsamen haben wir dann auch gleich voll eine fehlt noch hatten wir den schon mal dreh die toch nicht um ja gut wo das mag ich mal gar nicht so schnell und so wendig und so ich finde sie nervig das ist meine chance Ah. Ich hoffe, dass wir gleich einen weg haben. Okay, einer ist weg. Ich denke, es waren noch zwei, aber tatsächlich war es nur einer. Auch nicht schlimm. Hier ist sehr dramatische Musik noch im Hintergrund. Okay, nichts hier weg hier. So, die haben wir alles. Dann gehen wir nach hier. Oder halt, wir machen nach das hier. Sehr schön. Kann man gleich noch aufsammeln. Das ist bestimmt wieder ein Stein. Davon haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Wir brauchen keinen weiteren. Lassen wir mal rot den kleinen Kern. Und laufen weiter zum Feuer. Ah, hier ist noch eins. Na komm, das entdecken wir auch. Okay, Feuer haben wir entdeckt. Ich weiß gar nicht. Wir gucken mal ins Inventar. Na komm, wir brauchen noch ein paar Scherben. Trennen wir mal. Auf. Na schade, ich dachte, der Porn reicht. Oh, das noch einmal? Ich dachte, es sind nur zwei. Wow, kannst du bitte... Der macht es aber spannend. Unhöflich hat er uns vergessen. Sehr gut, ist auch fertig. Oh, noch drei? Ich dachte, es war insgesamt drei. Kein Ding, wir haben noch ein bisschen Munition. Ah, wie nett. Kann mir gleich einsammeln. Der ist noch voll. So viel fehlt nicht mehr. Na schade, dass jetzt die... Der Tiefersuch abgebrochen ist. Was waren die Nerven? Der Tiefersuch weg, alle machen. Hm, haben wir jetzt Plus gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Wie viel wir hier... Das waren Steine, brauchen wir gar nicht. Wie viel Scherven wir vorher hatten und wie viel wir jetzt haben. gefühlt war das so ein Plus-Minus-Null-Ding. Okay, jetzt mal 18 Scherben, aber ansonsten... Das ist ein Stein. Huh. Antenna. So, weiter geht's. Oh, was bist du denn? Ist das irgendwas? Nö. Wir gucken den doch einmal hin. Weil der doch schon groß aussieht. Okay, wir gucken doch nicht weiter hin. Gehen wir hier einmal großzügig drum herum? Ich weiß gar nicht, ob wir dann hier nochmal vorbeigehen, weil das könnte da nochmal interessant werden. Hier hinten haben wir... Ich weiß gar nicht mehr, warum es gar nicht mehr markiert ist. Das war doch eine Mission. Ich glaub da ist es. Wir brauchen... Nein, das war eine andere Mission. Dann gucken wir die einmal. Da. Hm. Ja. Super. Teile zu finden. Natürlich. Ich glaub das war so gar nicht, dass wir da noch ein ganz schön Stückchen weit weg sind. Und wenn wir jetzt da drüben wären, dann macht das glaub ich auch so keinen Unterschied. Unterfallen ist auch ein bisschen ungünstig. Ich mag ja noch hier oben stehen. Vielleicht funktioniert es ja, wenn wir ihn auf den Kopf schießen, dass ich da angesprochen fühle. Ja. Da ist er schon mal. Schön. Da kommt er hier, der kleine Kerl. Ich möchte aber gerne seine Heckflosse abdrehen. Hier, das haben wir wütend gemacht. Noch besser. Schön. Ob es zu viel verlangt wäre, ihn zu bitten, da vorne am Strand zu verenden? So richtig weiß ich nicht, wie er jetzt mit uns klarkommen soll. Ich denke wir sind ein Stückchen weit entfernt. Okay, Planänderung. Ich sehe leider nicht die Heckflosse ab. Alles das, was dann reingeht, das ist dann auch völlig für ein... Das lohnt sich nicht. Da ging nicht mal ein Fisch kaputt. Ich glaube das hier wird auch nichts. Das können wir jetzt eigentlich nur so besiegen. Nein... Die Säure ist übereinst Yeah. auch ein Fischer... Die Säure ist übereinst. Ich weiß nicht, wie es hätte auch mehr geklärt werden lassen. Nein, das ist nicht eingereist. Auch neue Pfeile. Wann haben wir es jetzt durch Lot? Ah, okay. Dann war es doch. Hier sind Fische und anderes. Zeig. Aber nicht das, was wir dann noch... Haben wir nicht irgendwas aufgesammelt? Aufgaben. Das hier könnten wir weiter verfolgen. Ich hoffe, das ist hier ein D. Ja, okay. Tja, wäre es jetzt besser gewesen, da oben lang zu gehen oder das? Wer weiß. Machen wir keinen Strandspaziergang. Dann brauchen wir... Ach so, haben wir nicht. Schade. Dann ist er erstmal weg. Ja. Dann... Können wir... Ich meine, dass wir Zeiten oder demnächst in der Nähe sind, der nächsten Mission. Okay, wir sind nicht in der Nähe ist noch ein ganz schönes Stückchen weg. Oh. Schade. Das ist ein bisschen... Doof. Denn da hätten wir diese machen können. Dann... Ja. Machen wir für heute erstmal Schluss. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich weiß nicht, ob wir gemeinsam hinlaufen oder ich alleine mit dem Weg dahin kämpfe, denn es scheint noch ein bisschen zu dauern, dass wir da... Ja. Ich glaube, es ist auch nicht so interessant, dass das für dich vor alleine überbrücken ohne dich. Wir treffen uns das nächste Mal bei der Mission. Diese ist noch 500 Locher Schritte von uns entfernt. Die gönnen wir uns dann beim nächsten Mal. Die Luft war so feucht. War klar, dass es regnet. Gemeinsam. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.